So, dann herzlich willkommen. Ich melde mich live von der Nachtsession, also wirklich spät nachts. Es ist gerade 1.20 Uhr zurück, habe die US-Futures und Nickel-Future im Auge. Der richtige Handel allerdings beginnt immer erst um 2 Uhr. Da werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht mehr am Rechner sitzen, sondern dann frühmorgens um spätestens halb 8 Uhr dann die Kurse wieder verfolgen. Aber ich habe extra eben mal noch abgewartet, was halt die US-Futures machen. Und so nach einer Stunde ist natürlich dann in etwa klar, wo erst mal die Richtung hinging. Aber es ist auch nicht richtig wichtig, wo sie hinging, sondern wo sie jetzt eventuell hin kann, von dem Zeitpunkt von 1 Uhr nachts. Deswegen habe ich jetzt hier ausnahmsweise halt den Index-Future vom Nasdaq genommen und auch den Dow Jones-Future. Also, wir stehen jetzt rund 30 Punkte von dem Close von Freitag tiefer. Das heißt also, das Gap wurde am Freitag ja exakt geschlossen, was jetzt hier nicht ersichtlich ist, sondern im anderen Chart. Und jetzt sind halt 30 Punkte sind wir jetzt schon drunter. Okay, da das jetzt Future-Handler ist, spielt das erstmal in dem normalen Index erstmal keine Rolle. Aber was kann man jetzt hier vielleicht noch rauslesen? Erstmal, diese eine Linie stammt aus dem ganz kurzfristigen Chart. Und hier habe ich noch eine mögliche, die sich eben mit circa... Ich glaube, hier sind es eben 10 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Aber da lege ich mich jetzt nicht ganz fest. Ne, hier sind es 30 Punkte. Zum normalen... Lass mich kurz schauen. Ne, jetzt sind 10 Punkte. 10 Punkte, also diese Marke, die 4193 würde jetzt in circa die 4200er Marke im Nasdaq entsprechen. Auf der ganz, ganz kurzfristigen Ebene wäre jetzt hier eine Aufwärtsbewegung eben in der Nacht möglich, ab eben 2 Uhr oder kurz vor 2 Uhr oder es fällt eben wirklich nochmal von diesem Zeitpunkt fast 30 Punkte eben tiefer. Und dann hätten wir auch, ja gut, anderthalb Prozent, würden wir dann von Freitag tiefer stehen. Und dann sollten wir hier die Aufwärtsbewegung folgen. Aktuell steht der DAX schon bei 9640 Punkten rund. Und würde eben jetzt hier das Level von circa 4200 anlaufen, dann dürfte eben der DAX sogar bei eben an den Erwähnten auch schon letzte Woche 9550 Punkten eröffnen beziehungsweise dorthin laufen. Also hier ist definitiv auch noch eine wichtige Unterstützung im Nasdaq, Future sowie im Nasdaq dann selber. Im Dow Jones gibt es dann eben ein ähnliches Bild. kann sich von der aktuellen Situation leicht nach oben absetzen und dann eben mit dem europäischen Handel nochmal ein beziehungsweise zwei Tiefs dann ausbilden. Dieses kann natürlich auch enger laufen, dass wir ja gegen 11 Uhr dann eventuell das Tief haben. Und hier sind im Dow Jones sind es 100 Punkte Unterschied. Hier ist wahrscheinlich schlecht zu lesen, aber einmal wären das jetzt hier in dem Future 16.050 oder 15.980, muss man jeweils 100 Punkte dazu addieren, wird man also bei 16.150 rauskommen oder 16.080. Also nicht ganz die 16.000er Marke im normalen Dow Jones Indexstand erreichen. Also für mich ist es dann hier schlüssig. Alles, was darunter abspielt, würde natürlich erstmal stark untertreiben und beziehungsweise wenn wir darunter schließen, dann lag ich dann definitiv falsch mit meinen Vorhersagen, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir auf Tagesbasis diese Levels nach unten durchschreiten werden. Ich habe auch noch ein paar Setups noch mitgebracht, zwar noch nicht alle, aber eben vorerst mal hier noch ein Big Player Royal Dutch. Hätte eben auch noch Luft, montags bis Dienstag noch abzustürzen, sage ich mal, oder auch nicht wirklich abzustürzen, sollte rund an der 18-Euro-Marke Halt finden. Natürlich Übertreibungsphasen sind immer möglich, deshalb vielleicht hier knapp unter der 18-Euro-Marke ein Abstauber-Limit setzen. Auf Schlusskursbasis sollte eben die 18-Euro, rund die 18-Euro-Marke erhalten, plus, minus 10, 20 Cent und dann eine Aufwärtsbewegung eben einleiten. Die BMW-Aktie war ja, was ist nicht jetzt BMW-Aktie, dieses steht dahinter. Hier lief es ja erstmal, hat zwar nicht dann das ganze Gap und auch nicht das Kursziel erreicht, aber am Freitag lief die erst C1 Plus. Jetzt ist man hier im Minus, aber da wurde ja der Stopp auf Schlusskursbasis schon nach unten gesetzt, weil eben noch eine Abwärtsbewegung möglich gewesen wäre von den Mustern her. Also auch hier sollte wirklich die 80-Euro-Marke halten. Danach sieht es düster aus. Noch zuletzt eben Daimler. Hier kann man eben auch einen Abwärtstrend einzeichnen. Der hat nicht ganz so viele Auflagepunkte. Das ist auch der kürzere Fenster wie jetzt hier eine Royal Dutch. Die konnte hier wirklich schon 1, 2, 3, 4 mal aufsetzen. Hier wäre womöglich der fünfte Punkt und erstmal wäre dann das Kursziel eben bei 20 und könnte auch dann im Anschluss, bevor das nächste Mal die untere Linie angelaufen wird, natürlich erstmal die obere wieder anlaufen. Also nochmal zurück zu Daimler. Dann werde ich das beenden und dann noch kurz mal zu den Indexfutures schauen. Also auch hier wäre bis 66, 66, 40 Platz nach unten. Ein Schlusskurs darunter. Hier habe ich noch kein Limit, eben keinen Stopp gesetzt. Wir eben auch hier 60, knapp unter der 66er-Euro-Marke und dann mindestens 4, 5 Prozent nach oben. So, danke fürs Zuhören. Ich werde den Desktop speichern. Und, achso, wir wollten noch kurz den Nasdaq anschauen in 5 Minuten. Ich habe sich hier, hier hat sich jetzt leicht, aber das ist ja wirklich auch nur leicht, ein paar Punkte absetzen können. Also mehr oder weniger wäre jetzt erstmal auch nur das Niveau von Freitagabend mal ein Kursziel hier. Sollte jemand heute Nacht auch handeln wollen und den Stopp ganz eng unten platzieren, wenn man hier unten durchrauscht, werden wir weiter tiefer ein Einstieg planen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.